Willkommen zurück bei Minecraft. Was? Ich habe ein Part gestartet, was schaut ihr mich so an? Egal, äh, werd auf mich so nervös zu machen. Ähm, ja, äh, was machen wir in diesem Part, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession? Nehmen wir mal erstmal die Melonen hier mit. Zack. Das wäre wahrscheinlich das Beste der Ze... Oh mein, jetzt haben wir tatsächlich einen Kern mitgenommen. So, sechs Kerne haben wir. Die könnten wir eigentlich einpflanzen. Machen wir es hier, das bietet sich hier gerade so schön an. So, haben wir dann eine Ho dabei. Ho, 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 fröhliche Weideachten. Äh, nein, nochmal, nicht schade. Ähm, hm, hm, dann machen wir es eben so. Ich nehme jetzt mal... Was wollen wir denn jetzt noch bauen? Also... Achso, ja, genau, stimmt. Jetzt sehe ich es. Wir müssen ja unser Musikzimmer bauen. Dafür brauchen wir jetzt wieder ein paar Treppen. Und für Treppen brauchen wir Holz. Und das haben wir leider jetzt gerade nicht. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir müssen also wieder... Holzfällen gehen. Ja, okay. Äh, haben wir denn eine Axt dabei? Hier haben wir... Hier haben... Okay, wir haben... Wir haben Holz. Äh, wir haben Holz. Okay. Da brauchen wir ja keine Sorgen zu machen. Wir haben uns zum Glück eine Menge eingesammelt. Ach, ist das schön. So, 40 müsste reichen. Daraus können wir uns locker die benötigten Stufen herstellen. 3, 4, 4, 4, 4, so. Also, ich nehme jetzt ein bisschen anders auf. Und zwar, ähm, habe ich jetzt bei mir den Ton komplett runtergedreht, weil ich gemerkt habe in der Aufnahme, dass das Gehalt hat. Ja, weil ich gerade kein Kopfhörer habe. Und, ähm, ich das immer so mache mit Traps, dass der, ähm, die Audioaufnahme als System-Sound aufgenommen wird. Also, ich höre jetzt zum Beispiel, normalerweise, wenn ich aufnehme, dass... Also, mein Sound ist das, was ich sage. Das höre ich normalerweise immer, wenn ich aufnehme. Aber jetzt habe ich es ausgemacht, dass es nicht heilend tut. Und, hoffentlich habe ich jetzt... Hoffentlich habe ich es jetzt für alle richtig erklären können. Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich erkläre euch Sachen falsch und dann versteht ihr das ja nicht. So, hier ist... Oh, es wird dunkel! Es wird dunkel! Schnellpen! 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 Phobie! 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 Wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Die hat Gold gekostet. Eine Golduhr. So, äh... Haben Sie Goldschmuck, den Sie nicht länger brauchen? Nee, hier da! Äh... Achso, hier liegt unser Bett. Ich habe mich gerade gewundert. Toll, wo steht unser Bett? Schauen wir uns das an! Scheiß Spanner! Du, geht's? Das gehört sich nicht! Sitzt! So, zur Strafe darfst du draußen schlafen. Komm mit! Beim Pennen zuschauen. Also, das geht so nicht. Komm her! So, sitz! Böser Junge! So, äh... Hm, wir könnten eigentlich eine Hundehütte oder sowas für die kleinen Hundis machen. Ne, du! Ja! Ja! Flieg ruhig die Treppe runter! Ja! Oh, kein Schaden. Schade. So, okay. Du bewachst meinen Keller, falls irgendwelche Halunken einbrechen. Na, jetzt! Beweg dich! Komm mit! Komm mit! Hä, das wäre jetzt lustig wie ein Küper, weil da wäre Halunken das perfekte Stichwort. So, äh... Du machst Sitz und bewachst diesen Ort hier. Ja, du bist hier ein Wachhund. Ich vertraue dir diesen Keller an. Bewach ihn gut. Ansonsten. Ne? Du hast verstanden. Also, gut. So, ähm... Hm, ähm... Ähm, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Äh... Ach ja, Treppen. Treppen, Treppen, Treppen. Wir brauchen noch ein paar. Vier müssten noch reichen, dann passt das eigentlich. Dann können wir ja gleich, ähm, unsere... unseren Notenblock... Haben wir den noch? Ah, dann haben wir sogar... Klappenspiele und die Schallplatte. Ist ja schön. Den wollte ich gerade noch... Also, den wollte ich ja noch mitnehmen. Wo wollen wir den denn platzieren? Ich glaube, den platziere ich dann an der Ecke. Hinten. Oh, das kommt... Sollten wir vielleicht wegtun. Ah! Dieses scheiß alte... Holzstufen... Dings... Miststück! Ja, Miststück ist das treffende Wort. So. Okay, äh... Die Leiter muss ich auch noch anders bauen. Äh... Hier könnten wir den Plattenspiele hinsetzen. So, ich glaube, ich mach jetzt mal schnell die... Wobei, es läuft ja gerade Musik. Die ich gerade nicht hören kann. Also, es kann jetzt sein, dass irgend so ein Scheiß läuft. Wie zum Beispiel Monkey Island, die ich immer noch nicht gelöscht habe. Wahrscheinlich läuft jetzt gerade Monkey Island. Egal. Äh... Hier müssten wir mal wieder so eine Tür hinbauen. Und dieses... Diese Wand hier müssten wir auch noch anders bauen. Na ja, gut. Dann müsste unser Haus dann fertig sein. So gut fürs Erste. Aber was brauchen wir im dritten Stock? Wir können daraus einen Lagerbanken machen. Ähnlich wie im ersten... Ähnlich wie im dritten... Ähm, im Keller. Okay, äh... Äh... Ich brauche... Ich brauche ein Crafting Table und... Meine Frame Rate bricht zusammen. 5... 4... 5... 4... Was los? Spiel... Spiel, hör auf! Auf zu lecken, Mensch! 6... Ja gut, das geht. Ich fängst dich langsam wieder. Na, jetzt aber. Spiel! Aus! Bist auch ein ganz böser Hund. So. Ähm... Wir haben Läder. Wir könnten uns ein neues Buch bauen. Äh, Kraften meine ich. Kraften. Das ist die Kraft. Ich habe die Kraft, ein Buch zu kraften. Ähm... Ja, wir werden mal schon über Bücher reden. Hier haben wir 8 Stück. Äh... Achso, ich wollte mir eine Tür machen. Genau. Mein Gott, ich habe vielleicht ein kurzes Gedächtnis hier. So. 1, 2, 3, 4... 5, 6... 5, 6... Okay. Ähm... Dann nehmen wir die Tür und setzen sie, wie gesagt, dorthin, damit es nicht so offen aussieht. Okay, hier sieht es noch so leer aus. Was bauen wir denn hier? Hm... Ein zweites Bett vielleicht? Nö. Wir könnten eigentlich diesen Holzboden durch... Moment, ich schaue schon, ob es geht. Ja, wir könnten den Holzboden durch Wolle ersetzen. Das wäre dann viel schöner vom Optischen her. Ich habe doch angefangen, die Häuser von meiner Let's Show-Welt durch Wolle zu ersetzen. Den Laminat zumindest. Der Wolle sieht einfach viel besser aus und viel schöner. Jetzt müssen wir uns wieder die Schafe hier ab... Ab... Ähm... Abnagen. Abnagen? Sagt man Abnagen dafür? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Absägen. Absägen. Wolle absägen, ja. Nein, jetzt aber... So. Dann nehmen wir diese Wolle hier und setzen sie dorthin. So. Nein, nicht so. Dorthin. Dorthin. Ja, so ist gut. Gut, so stelle ich mir vor. Nicht, äh... Und nein, Musik läuft. Äh... Habe ich gerade im Player gesehen. Musik 2. Oh Gott, das ist wahrscheinlich so eine Bit-Musik, weil es da dran steht. Der Elf Big Adventure. Okay, was haben wir denn hier? Wir könnten eigentlich das Thron brennen lassen. Noch Melonen. Noch mehr Melonen. Also wir werden niemals mehr verhungern, weil wir jetzt eine sichere Nahrungsquelle haben. Wie spät ist es? Es ist Mittag. Sehr schön. Ah, hier haben wir noch Gravel. Cool. Das könnten wir für unseren kleinen Weg draußen gebrauchen. Ähm... Hier ist nichts. Hier ist auch nichts Besonderes. Drei Steine. Wow. Was haben wir hier? Änder-Perle. Wir könnten in den Nähter gehen. In den Nähter. Und uns eine Lone-Stange holen. Daraus Pulver machen. Und dann so eine Änder-Auge herstellen. Und dann die Festung finden. Naja, aber soweit sind wir noch nicht. Wer weiß, ob wir das überhaupt noch in diesen LP machen werden. Ähm... Ja, ich glaub... Ach ja, ich wollte hier noch mehr Trunk hinbauen. Es kommen so viele neue Sachen immer hinzu. Ich... Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich immer machen soll. Also... Ja, ich hab da immer was zu tun in Minecraft. Finde ich cool eigentlich an Minecraft. Mit Minnekraft, da ist man immer beschäftigt. So, und jetzt stell ich mir mal ein Patron her. Zwei, drei... Mach mal vier noch draus. Vier... Fünf... Sechs, sieben... Mach mal acht Stück. Das müsste dann, glaub ich, reichen. Und wenn nicht, dann haben wir halt noch ein Patron für unsere Spinnfalle. Oder in den Nähter. Da können wir uns ja auch noch was aufbauen. Ach, scheiße. Jetzt hab ich da eins zu... Eins hier hin. So, jetzt passt... Ach... Jetzt brauch ich den Stack. Weg mit diesen Samen hier. Ich hab genug Samen. Ich kann sogar bei ich es herstellen. Aber ich will das nicht genau erläutern, wie ich das mache. Äh... Blub, 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 blub. Hier, Truhe. Die Truhe. Na du, hm? So, jetzt bewachst du hier diese Truhe hier. Dummer Köter. Und da noch. Und, äh, da noch. Und, äh, das muss reichen eigentlich. Jetzt haben wir zwei Truhen zu viel. Ähm, naja, gut. Jetzt müssen wir hier diese Säule hier erweitern. Damit es hier nicht so alt, allzu blöd aussieht. Dann setzen da noch zwei Fackeln hin. So. Ja, sieht auch ganz gut aus. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein paar Schilder. Und dann passt es eigentlich. Ich schaue jetzt mal schnell, wie das aussieht. Kann man das so anbieten? Oh Mann, jetzt habe ich wieder was von Gronkh geklaut. Fuck. Okay, gebt dieses Video einen Daumen runter. Äh... Äh, äh, äh... Ja, 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 ich schaue nur schnell, wie es aussieht. Ja, das geht eigentlich, oder? Was ist mein Deal? Schreibt es doch mal. Ne, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich werde hier jetzt viel zu... Ihr wisst schon was. Ne? Ich habe im vorletzten Part, glaube ich, gesagt, ich sag nichts mehr von Gronkh, ne? Und dann, äh, kurz... Nach den... Also nach den... Ach, zwei Part später fange ich hier wieder an. Also, ne, ne, ne. Es geht so nicht hier. Da. So, äh... Was mache ich denn jetzt? Oh, es wird... Wuh, 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 wuh. Fuck, 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 fuck. Warum sagt mir das jemand? Oh. Ich dachte, es wird Nacht. Hä? Hallo? Monster? Hä? Ähm, naja, gut, äh... Das war... Wo ist mein Bett? Ah, hier ist mein Bett. Ich habe mich schon gewundert. Wo ist mein Bett? Oh, da ist mein Bett. So, Fell. Äh, Epic Fell sogar. Äh, egal. Ähm... Ich frage mich, warum ich vorhin in den Keller gegangen bin. Ähm... Ähm, 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 ich muss nachdenken. Ne, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Haben wir denn... Achso, ja, die Tür haben wir noch dabei. So. Jetzt sieht es zwar ein bisschen pervers aus, hier mit diesem weißen Boden. Aber, naja, das wird sich schon ändern. Nehmen wir mal die, die Pflastersteine hier mit. Wo haben wir eigentlich die Netterziegeltreppe her? Und die Netterziegel? Wir haben noch keine Festung gefunden, oder? Sehr merkwürdig. Ähm... Ähm, hm, hm, hm. Äh, Sehnsand haben wir auch. Oh mein Gott. Ähm, blub, 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 blub. Was sollte ich machen? Was sollte ich machen? Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte... Schnell! Es wird Nacht, es wird Nacht. Ähh... Keine Ahnung. Ich muss einfach pennen. Ich scheiß drauf. Was ist da... Achso. Ich wollte Plastisch dann auch mitnehmen. Ja, genau. Aber dafür hebben ich keine Zeit, weil ich jetzt da zu schnell war. Achso, ok. Ähm... Ich muss nachdenken, wie das geht, jetzt aber mit den... Ach, das kann ich mir... Halber kann ich mir überhaupt im Gedanken machen. Oder ich schaue schnell, wie das geht. Ich glaube, das geht so, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nein, nicht keine Trug, sondern, ähm... Ich glaube, so geht das, oder? Nee. Ach, verdammt, wie geht nochmal so ein Notenblock? Ich hab's vergessen. Ähm... Moment... Redstone brauchen wir dafür, ne? Na, wir haben ja zufällig einen Redstone, das passt ja. So. Ähm... Pen... Oh, komm. Also geht das dann vielleicht so? Ich glaube, so passt, oder? Das müsste sogar richtig sein, wenn ich... Ja, genau. Okay, jetzt haben wir einen Notenblock. Einen Nuttenblock, ne? Den sieht man auch im Puff häufiger. Nuttenblöcke. Ne, falls ihr euch einen Puff in Minecraft machen wollt, dann braucht ihr die unbedingt so Nuttenblöcke. Das ist sehr wichtig, sowas. Gut, ähm... Dann gehen wir mal ins Music-Zimmer. Irgendwie sieht das genauso aus wie ein Plattenspieler. Naja. So, wie wollen wir das denn jetzt bauen? Wir können es hier an der Wand hier hinbauen. Dann werden hier einige Treppen wegkommen. Oder... Oder, 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 oder... Oje, wie bauen wir es denn jetzt? Äh... Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Innenarchitekt in Minecraft. Ich baue einfach so Häuser und habe keine Ahnung, warum ich es eigentlich baue. Also, ich höre es jetzt gerade nicht, ne? Weil ich den Ton ja aus habe. Das ist irgendwie blöd jetzt. Ich muss den Ton jetzt gleich anschalten, wahrscheinlich. Naja, ich mache jetzt hier mal... ...so was. Einfach mal so hier, dass dann an der Deutschlandflagge hier ein paar Notenblöcke sind. Äh, Nuttenblöcke. Ich nehm jetzt Nuttenblöcke. Okay. Wir können ja so ein Rett, so eine Verkabelung machen, dass dann die deutsche Hymne kommt, wenn man da irgendwie einen Schalter antippt oder so. Äh, okay, wie viel hat es noch brauchen? Wir 1, 2, 3, 4, 4 mal... Ja, das ist sieben Stück. Aber jetzt steht die Leiter wieder blöd. Ich glaube, das muss ich anders bauen. Ich glaube, die Leiter sollte ich vielleicht hier besser hinsetzen. Ich mache mal hier schnell ein Loch hin. Ja, ich glaube, ich baue die Leiter hier hin. Dann muss das hier weg. Ah, wir haben 4 Steine. Perfekt. So, die hat mir bestimmt jetzt... Äh, der Hero Brian ins Inventar gelegt. Weil er so freundlich ist. Äh, ähm, 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 ähm... Ja, vielleicht mal noch was, wenn wir schon, äh, beim Inventar ausmisten sind. So, ähm... Ähm, ähm, ähm... Ich sag hier jetzt irgendwie viel zu viel, ähm, oder? Ja, äh... Ähm... Was mache ich jetzt? Was wollte ich machen? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Was wollte ich machen? Äh... Aya, Redstone. Stimmt. Verdammt, ich muss mal... Äh, mein Gehirn besser trainieren. Gehirnjogging oder so. Zum Beispiel, let's playen. Willkommen bei Kawashimas. Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Heute finden wir heraus, was... Wie viel 1 plus 1 ist. Da habe ich mal spaßeshalber so eine Frage bei Spieltipps geschrieben. Äh, wie viel ist 1 plus 1, ne? Bisher habe ich noch keine Antwort. Na gut, das Spiel ist auch nicht so besonders gefragt. Also, ihr könnt es bei Spieltipps nachschauen. Bei Dr. Kawashima, da habe ich ange... Äh, also eine Frage gestellt. Wie viel ist 1 plus 1? Äh, weil ich es nicht weiß. Wie viel ist 1 plus 1? Wenn ich einen Stock habe und ich krafte mir noch einen weiteren Stock, wie viel Stöcke habe ich dann? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir brauchen sieben Stück. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Ich glaube, das war jetzt recht. Dafür glaube ich nicht. Ich mache es jetzt mal so. 6, 7, 6, 7, 8. Ne, jetzt haben wir da 8. Ist ja auch egal. Oh, jetzt hätte ich mir fast rumgekraftet. Oh, fuck. Zum Glück habe ich jetzt gerade nicht getippt. Es wäre hier jetzt ein Epic Fail wieder gewesen. 5, 6 und noch einmal. Dafür muss das jetzt nochmal raus. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Und platzieren sie einfach mal hier an der Wand. Okay, jetzt brauchen wir einen Auslöser, damit die auch zum Spielen anfangen. Dafür brauche ich wieder eine Axt oder eine Spitzhacke, wie auch immer. Kommt drauf an, was das für ein Material ist. Okay, jetzt brauche ich Druckplatten. Wir haben ja noch zum Glück ein bisschen Holz übrig. Die können wir hier hinsetzen. Ich frage mich, wie das aussieht. Ich schaue, ich werde es dann später sehen. Und das ist hier wieder so eine 1.2 Stufe. So, funktioniert das? Moment. Hört ich dann Notenton? Also ich höre gerade nichts, ne? Ihr hört es wahrscheinlich jetzt gerade was. Ich mache mal schnell den Ton an. Ah, jetzt habe ich gerade was gehört. Naja, also das ist ja eh noch zum Testen. Das wird hier später noch weiter erweitert. Ich möchte jetzt dann aber was anderes gleich machen. Nachdem wir hier das jetzt erledigt haben. Und zwar möchte ich in den Netter. In den Netter möchte ich, ja genau. Und nach einer Festung suchen, wo wir uns dann ein paar Blaze jagen werden. Und wieder ein paar Guests. Ich liebe Guests. Nicht. Jetzt bauen wir wieder ein bisschen Holz für ein paar neue Platten. Äh, ähm, Schalter-Dings da. Ihr wisst schon, äh, so Druckplatten. 1, 2, 1, 2. Mh, ja. Äh, ja. Äh, sowas ist natürlich super. Jetzt brauche ich hier noch einen... Nein, muss ich hier noch einen... Nein, halt, den Baum weghalzen. Das gibt es doch nicht. So, genau, so. Äh, äh. Vielleicht sollten wir das hier auch wegmachen. Und durch Holzstämme setzen. Verdammt, jetzt haben wir uns ja nicht eingesammelt, weil wir ein volles Inventory haben. Weg damit diesen Samen. Den schmeißt ich doch ständig weg, oder? Er kommt immer wieder zurück. Dieser Samen. Ähm. Ja, sogar falsch gebaut haben wir es hier. Das kommt hier eigentlich weg. Ach, verdammtes 1.3. Ich hasse 1.3. So. Und jetzt, ähm. Ja, ja, genau. Äh, 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 ja. Äh, äh, äh. Ja, hier, da, äh, 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 äh. Hier, eine brauchen wir, äh, glaub ich noch. Äh, 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 äh. Okay. Genug, äh, äh, zierter. Gehen wir in den Nether. Oder? Sollen wir vielleicht noch die Leiter hier anders bauen? Äh, das könnten wir eigentlich später machen. Gehen wir uns für später auf. Jetzt habe ich keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist Nether-Time. Das heißt, wir lagern einfach mal alles rein. Das merkt doch eh kein Schwein. Äh, okay. Jetzt brauchen wir ein paar Fackeln. Pflastersteine lassen wir im Inventar drin. Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Holz für...